einer kommt zum eingang ja der ist hier vorne direkt habe ich im klugzeug ist einer drin naja ich sehe ihn tot einer gefinisht der andere ist keine ahnung wo der andere ist der war hinter den lkw auch er ist immer noch links chipwreck ab ihn ab hier ein ok wir haben wieder zwei verschiedene feinde ok der hat sich selber geholt der andere hat sich wieder geholt er ist wieder k.o. hier sind welche hier habe einen k.o. einen habe ich ist durchgelaufen nach hinten hab ihn nein tot hallo und herzlich willkommen hier wieder mal bei den teenagers vom mars heute in dem video geht es nur um die ram und die lc10 lc10 ist ja bekannt ist ein super gewehr aber die ram ist ein geheimtipp würde ich jetzt nicht sagen aber es ist zumindest ein solides gewehr ja es ist keine op klasse aber ist gut ist gut deswegen habe ich auch ein paar runden gespielt mit der ram philip hat auch mit gespielt der hat allerdings nicht die ram gespielt denn alle variant gespielt deswegen heute das video nur aus meiner sicht denn um die waffe soll es ja heute gehen um die ram kommen wir auch mal direkt zu ram ist was ganz besonderes denn sie hat ein ganz besonderes muster im rückstoß und zwar verläuft er nach oben links und nicht wie meisten nach oben rechts oder bisschen zur seite das ist alles ein bisschen gewöhnungssache deswegen müsst ihr mit der waffe auch ein bisschen üben aber ansonsten ist sie sehr solide sie ist nicht so stark wie amex und so aber sie ist zumindest so dass man damit auch ordentlich spielen kann hier haben wir haben die klasse mit der ich gespielt habe das ist einmal natürlich wie immer der molly schalldämpfer kommando vordergriff das 50 schuss magazin auch wenn das manchmal tatsächlich noch ein bisschen wenig ist aber es ist nur eine magazine variante da dazu den längsten lauf und ich habe mich in dem video mal für das bono wie sie entschieden denn eigentlich ist es eine ganz clear optik man kann natürlich auch das valk visier nehmen oder gar kein visier wenn man damit besser klarkommt da könnte man noch den taktischen laser hinzufügen damit immer ein bisschen schneller raus zu kommen und die zielstabilität ein bisschen besser ist aber das ist auch ein bisschen geschmackssache und natürlich haben wir hier noch die lc 10 variante die will ich euch nicht vorenthalten auch hier der agency mündungsfeuer dämpfer der das pando zum monolith schalldämpfer ist dazu habe ich den sfod tempo griff unterlauf genommen ich glaube schwere namen gibt es einfach nur in cold war dazu den schwer verstärkt lauf 5 mm watt laser und natürlich das größere magazin die 55 schuss macht absolut spaß damit zu spielen und sieht oder der variante doch einfach nur geil aus also naja und wie immer findet ihr diese baupläne bei uns auch im discord könnt ihr auch gerne mal vorbeikommen ansonsten lasst gerne abo da unten daumen nach oben für diesen kanal lasst liebe da und ja dann viel spaß mit dem video und vielleicht sieht man sich mal im stream mittwochs und freitags 20 uhr und der montag ist neu dazu gekommen ist auch 20 uhr gucken lange wir das machen wenn sich das lohnt werden wir es auf jeden fall durchziehen deswegen kommt vorbei schaut mal zu wir haben immer viel spaß also ab geht's dann habe ich ach scheiße ich komme wieder hier ist auch einer team ausgelöscht einer ko na sauber die maus gelöscht ok richtung kiste ist einer also unsere kiste hier unten drin ist einer habe ich ja oben drin ist tot ich habe keine ich habe keine ja ich auch ich auch die maus gelöscht der ist k.o. aber ich wurde geholt von irgendwoher von wo? ich weiß nicht hol mich selber die haben oben was reingeworfen ich sehe einen da unten ach hier direkt hier direkt aber da hin nach äh ja fuchs der hude hier ist irgendwo einer gelandet ja bei mir direkt der ist aber tot er ist aber tot oh ab ihn noch einer hab ihn geschlagen nice oh da steht einer guck mal da hast du jetzt mal einen safen kill geklaut? nachgeladen ja ja als du schon geschossen hast ah danke oh hinter mir hab ihn noch einer noch einer hab ihn wo kam der da schon wieder her ich kann eine granate auf den Boden werfen aber da kam nichts draus ich habe keine platten mehr nein ich habe keine platten mehr über uns ja ich aber aber der holt mich jetzt scheiße äh was machen wir in nova 6 ja jo ich sehn tot hä oh da ist einer reingekommen durch die tür gerade natürlich rennt er mit schild rum da ist noch einer da wirst du fluchen über uns hinten drin sehe ich nicht hinten im raum shield break ist hinten weg glaube ich hey hier oben hinter dir what alles klar da oh nein kann ich nicht mehr wiederkommen oh da kommt noch einer jetzt der ist reingegangen bei dir da dahinter der treppe ich kann nicht mehr wiederkommen ne du müsstest mich kaufen hm mach den schnellsten einkauf deines lebens habe ich gemacht die sind über uns hier war einer oben auf dem dach ist glaube ich einer gelandet der ist safe auf dem dach aber der muss halt runter ne das bringt er ab ihn wuh ich sag doch die letzte runde wird die beste ja dann äh danke fürs zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder